Richtig, ich habe hofft eine Hellkatz dafür versinkt. Ja? Ja, ja! Und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arma 3, als es live hier im Epic-Projekt. Nach dem Motto, mach mal mit Dino. Hi Leute, grüßt euch! Und wer nennen sie? Halli, hallo! Hallooochen! Ja, heute mal wieder im zivilen SUV drinnen. Ihr seht, es steht noch alles. Krieg ist anscheinend vorbei. Außer hier die zwei Glasscheiben. Die haben sie natürlich wieder vergessen zu ersetzen. Ich könnte ausrasten. Na, Glaser, die brauchen immer ein bisschen länger. Das ist halt, weil K-Glas... äh, weil... ...weil bester K-Glas. Oh, jetzt ist die auch noch kaputt gegangen. Da war Spannung drauf. Bei dir ist Ötlai Spannung drauf. Au! Tja, wer hat wohl mehr Spannung für uns? Ja, total, ne? Äh, die blöde Kühe, die... Ich weiß auf jeden Fall, was ihr... Ja, ich hab mir da schon was ausgedacht. Äh... Passiert irgendwas, weißt du Bescheid? Äh, jetzt will man in die Richtung, weißt du ja schon gesagt. So, na gut, dann würde ich mal mähen. Vormer stinkt noch mal, ich treffe. Ich weiß nicht, ich nimmt noch jemand ein anderes Auto, dass wir wenigstens zu zweit sind. Ja, kann ich machen. Gut, dann nimmt der Dino nochmal anderes Auto. Warte dir bitte, auf mich. Na klar. Bleib bei mir. Ja, das Problem ist, meiner läuft jetzt nur noch nach links. Stehenbleiben! Zweimal, zweimal in die Richtung klicken, dann passt das. Guck mal bitte die Keys. Äh, die Keys, ja. Nice. Okay, ding! So... Oh jetzt. Danke. Jetzt hat er endlich den Jabba Taba Du Sprung drauf. Vehikelgarage... Jabba Taba Du! Wie- GET Vehikel... Lalalala... Lalalala... Oh, mein Luxus hier, he? Nuh? Nur weil ich. Nun freilich. Wir wollen fahren mal hier zum Cavallermarkt oder so oder was... Oder weißt du Bescheid? lasst es gefälligst du kannst kein richtiges was mal aus thüringen bei dir ist da geht da geht schon los was mal auf das ist was mal ist bei euch ist bei euch sächsischen sonst nichts weiter oder was er sagt der lande aus den thüringer rauslegen ja was soll ich da auch sorgen ja schöne bratwurst mit ja hier ist richtig viel los ist das so na gut ja ist leckrad oberst denn hier los war eine knappe sache die haben keine ahnung man verhandelt nicht auf der straße das ist täglich also werden von polizisten aber was wenn ich wieder am arsch na 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 bitte keine unsichtlichen sachen ja das geht so nicht haben sie das ding wo ein bisschen zu viel getunt war ein bisschen zu viel rumgeschraubt ich bin da nicht gefahren ich will sie nicht anzeigen ich bin da oben bleiben sie bitte ganz kurz stehen okay ich wollte mich nur von jimmy kurz entfernen das fahrzeug habe ich konnte es sehen okay um ganz kurz mal wenn die die staatsbank wird ausgeräumt die stadtbank wird gerade ausgeräumt wollen wir uns ein heli holen na logisch wir würden uns um kümmern wir würden dazustohlen später das ist ein bisschen laut ist weil ich habe die audio nicht runtergenommen klasse was da los das fangt aus grau What the f**k? Einfach mal stehen lassen. So, gut. Oh, Wendy, ich könnte es so gut singen. Ich weiß. Was gibt's Schönes? Hey, wartet auf mich! Mein Auto steht da vorne, ich komme. Du läufst! Wer zuletzt kommt, bietet die Strafen. Bin ich auf Ben ja mal gespannt, wer hat die Staatsbank ausraubt, welches unholte... Unholz bleibt. Ich... Ich geh mal hier auf Stock davon aus, dass es TT ist. Unholz ist f**k. Komma! 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 Nee! Ja! Nee! Nee! Ich weh an die Gnare! Wendy, wir müssen überlassen! Warum? Die Suche vergessen. Ach! Die Munition... Es war ein Spaß, die Munition ist jetzt gar nicht hier. Aaaaaaah! Oh, wo ist ich jetzt hier? Ja. Ich freue mich immer, wenn ich schlafe. So! Wo fliegt... Wo fliegst du denn? Ii, wo fliegt der denn? Der fliegt zur Stadtbank. Wo ist ein Kreis? Da-da-da-da! 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 Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Das ist aus der Mercedes-Fugel danach. Ich bin kein Vogel danach. Naja, das war Indy. Das haben wir ruhig hier heute. Indiana Jones! Der Unterschied musst du kennen, Mensch, du gehst doch drüben von den Zuschauern. Nicht so! Nicht so! So, ich hab mich halt auf den Fahrzeugkanal tappt. Genau so. Weißt du, was geil wäre, wenn ich jetzt die Gatling Gun hätte? Wir würden drüber fliegen, einfach volles Rohr reinhalten und wieder wegfliegen. Das Problem ist, die Gatling Gun, die hat nur 6, also nur in Anführungsstrichen, 6,5 mm. Das ist extrem schwer, weil versuch mal mit der zu zielen, was ja kehriges Ziel ist, hier nichts drin ist, da. Naja, das ist flächiges Beschießen. Das ist so auf ein Quadratmeter halt eine Tonne Blei reinpumpfen, wo dann es geht. Der Schöne an unseren Helikoptern ist, die haben größte Rennen. What the fuck? Nice. Ja, ja. Wer so rumhört. Nice, der Scheiß. Aber ich finde ihn einfach nur so geil. Ja, der ist halt übelst träge. Ja, aber Gott, du bist ja geil. Weil ich keinen anderen mehr, ich hab damals meine ganzen, also ich hab damals, muss ich mal erzählen, wir wollten unbedingt auf unseren Live-Servern so die Straße kaputt kriegen. Und das schaffst du, wenn du mit einem Helikopter mit einer hohen Geschwindigkeit da drauf klatscht, dann ruppt sich so die Straße auf. Mhm. Richtig, ich hab 15 Hellcats dafür versinkt. Nee. Ja, ja, nur um so einen scheiß Krater zu kriegen. Wie, bleibt der oder? Der geht nach Restart leider wieder weg. Und wenn du dich außen einloggst, siehst du den Krater leider auch nicht mehr. Ist halt klientabhängig. Ja. Ja. Da ist es ja gut. So. Ich werde mal gleich was essen und trinken. So, jetzt haben wir mal ein bisschen X4. Meine liebe Freunde. Das ist auch mal schön. Ja? Nö, das ist auch schön. Und gerade die Action. Also ich hab vier Fahrzeuge auf dem, oder? Ja. Ja. Ich auch. Reicht vollkommen alt. Und ein eingelandeter Helik. Willst du erst mal fahren bleiben? Nee, wenn wir das fahren bleiben. Also ein Helikopter steht bei mir in der Luft. Der wird nur die sinken. Kann ich spotten. Problem ist, ich kann nicht spotten, weil ich auf dem Schütten bin. Richtig, das war dein Pferd. Ja, ja. Krachte meine ich hier. Dann steht da ein Uffrid. Ja, ein Uffrid. Wir werden geschossen. Ja, sind vor Ort und werden geschossen. Wer das aktuell ist, ist noch unbekannt. Äh. Das ist bloß ein Hummingbird. Und ich geht an der Seite. Ach, der ist bei dir an der Seite. Der steht bei mir auf der drücke. Ein Hummingbird und ein E-Frit. Er hat mich immer noch geschossen, wann sie sich präsentieren. Ja. Ach, du los. Ja, ja. Äh, also ich vermute mal, ähm, bei den... bei der Füfte da an dem Meer. Ja. Und zwar, äh, heute Abend in die Bäume sind. Äh, 160 Grad. So. Ich darf. 160 Grad in die Stadt. Ich geh einfach mal in der Bank runter, lass ich mal behalten, oder? Ähm, meins. Erstmal mal gucken, ob die uns in der Bank noch mal trefft. Ja. Ja. Ja, die sind dann Treffensäcker. Ja, die sind genau da, wo ich noch mal gesagt habe. Und da, ja, ja. Ja. Ja, wo die Bäume stehen. Da stehen nicht so viele Bäume auf dem Aufschluss. Du gehst einfach mal so, wo, 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 wo. Oder wo. Oder ja, gut. Da, ja. Da, ja. Da treffen sie uns ja, das ist ja das Problem. Nee. Achso. Stimmt, äh, ich weiß ja, aber ich weiß nicht, ob Team nur fast broken kann ich. Zweifel dran. Okay. Ist das schief? Oh Gott, ist gut. Ich denke, normale Knappe sind das. Naja, die sind... Natürlich hab ich das jetzt nur noch zu tun, oder? Ein Gebäude sehe ich nicht mal. Ja, logischerweise wird es sein. Ja. Ja, dann versuchen wir uns das jetzt mal. Also... Soll ich doch schon, dass wir Unterstützung bräuchten? Ja. Eben. Ja. Wie gesagt, es wird an der Bank. Ich bräuchte es auch Unterstützung, weil ich bin hier eigentlich unter Dauer beschlossen. Okay. Okay. Verstanden. Ende. Nicht eingreifen, bevor nicht verstärken bleiben. Da wurde nicht eingreifen, bevor nicht verstärken bleiben. Okay. Dann soll es wieder wegkriegen. Oh nein, wir können ja nicht aufhören. Jetzt ist es wie viel der Handy aushält. Doch. Die Treppen auf jeden Fall unserer Henk. Derzeit noch hinter uns. Lande mal ganz außen hier. Gucken wir mal, ob wir da auch noch beschossen werden. Ein bisschen links. Kann das sein, dass die Schüsse von außerhalb kommen? Hier werden wir nicht beschossen. Den Preis dringt sehr weit weg. Ich muss mal kurz erwenden, dass die Teenager nicht brauchen. Die können sich halt als Scanner extrem schnell ausschließen. Ach guck er an. SB überfällt die Bank. Alles klar ist angekommen. Aber ich möchte mal ganz kurz hier die Kräte einschließen. Wer hat denn einfach mit Wagen gemacht? Das geht schon. Das geht schon. Reifen ab und zu. Was haben sie die Reifen geklaut? Die sollen langsam mal hinmachen, denn die haben mich gerade eben getrocknet worden. Das geht schon. Ja, dann lande am besten hier erstmal. Lande mal hier irgendwo unter den äußern. Wenn nicht, da sind sie nicht noch raus. Genau. So eine Alarmarsch. Dann hast du ja klar mal Deckung und wir können gleich mal in die Position zu ziehen. Ja, vor allen Dingen können wir uns einen schnellen Zugriff dann machen, wenn die anderen da sind. Und ich kann mal die Position hier rausnehmen. Wir sollten uns auch beeilen, weil irgendwann wird die Zeit auch sein gesagt. Wenn die gerade erst einmal küseln, dauert das jetzt nochmal ein bisschen zu dem Trill. So. Lass mich mal kurz spotten. Kann man ja auch schon mal machen. Von hier aus, denke ich. Wie gesagt, wenn ihr schnell raus wollt, musst du als Passagier rein. Weil vorne, da müsst ihr erst komplett landen. Du kannst vorne nicht fast roben oder sonst was. Wenn du nur als Passagier. Richtig. Okay. Ich hab' die Leute brauche ich ja nicht mehr. Weg. Jo, sind wir drin. Dann flieg halt nochmal drüber und guck mal, weil dahinten kommt schon Safi und Kisator. Oh ne. Was, oh ne. Ist das ein Ander? Oh, nicht mehr. Ich hab' die ganze Abend hier, oder? Ne. Currywurst Hellcats. Ach, von der Seite. Currywurst, komm. Von der Seite kommt Safi und Freude. Du hast Wurst jetzt unterwegs, trotzdem vom Himmel aus Hellcats gelöst. Wir brauchen Boden drunten. Wir werden dann ropen. Dann ropen wir übers Dach. Oder? Ja. Ich lass' ja meine Leute über den Dach raus. Stand in. Wenn auf dem Bank, äh, Bankdamm dann drofen. Ach, Quatsch. Herrlich? Wir werden dann in Kölvers, äh, nach dem Dach zu werden, wenn wir was passend sein. Resator, Rope Ilversdamm oder so ein Bier? Ja. Wie viel seid ihr denn? Drei. Zwei. Zwei. Vier und zehn. Okay. Also mal kurz den Audi-Piloten. Oh, da hinten kommt die Hellcats mit Curry. Wo steht denn, äh, hilf mir mal bitte. Wo steht denn der Little Bird? Weil der schwebt bei mir. Ja. Ja, bei mir schwebt der. Bei mir schwebt der. Bei mir schwebt der. Ja, deswegen ja. Weil der Eifrit steht bei mir drüben auf der Brücke. Ja, aber der Eifrit steht bei mir auch auf der anderen Seite. Ja. Naja, die beiden einsteigen. Aber es schießt aktuell keiner. Ja, hätte ich mal gesehen. Ich wollte gerade sagen. Müsst du was sagen? Wo sind jetzt nochmal, bevor wir rollen? Wo sind jetzt nochmal die aktuellen Positionen? Habt ihr schon jemanden? Vorne bei der Insel? Das ist die Verwürfen. In einem, äh... Zwischen den Drücken. Ah, da kam. Direkt vom Händen. Weil jetzt den Dauertang nahm. Okay, aber dann wirklich weiße Verwürfen. Ja, wo ist die Hellcats? Ja, wo ist die Hellcats? Ja. Gut gemein. Ja, Brems. Wenn die Sack. Ne, Curryfee. Ja. Brauchen wir aber lange nicht. Ja, ne. Curryfee. Mit... Mit ner Bremse. Wir sind nach dem Gast in Aal. Wir sind gut. Handbremse, ey. Bei uns hätten die schon längst nen Anfall gekriegt. Warum? Ja, weil wir so lange in der Luft sind und sich nichts tut. Wie sieht die momentane Situation aus? Werden weiterhin beschossen. Und warten. Wie viele, viele? Drei, vermutlich vier. Drei, vermutlich vier. Hast du das Gefühl, die schießen mit Wannen da jetzt schon auf den Kopf drin? Der ist einfach nur so. Also der Gauß dort hält so viel oder was. Wenn der nicht gerade mit ner 50er Kaliber draufhaut, das ist alles. Gerade die Wanne unten. Die ist sogar kaputt oder was. Okay, Curryfee. Wir werden jetzt... Also ich lasse mal nicht weh. Jetzt noch mal. Erstmal. Wir gehen jetzt auf und das. Ruf noch ruf noch ruf noch ruf noch ruf. Yalla, yalla. Ne, dabei, dabei war das. Dabei, dabei. Ah, scheiße. Gut, ich vergang. Okay, ich... Warte, warte. Nicht fast roben, noch nicht fast roben. Nein, nein, nein. Noch gar nicht. Ich muss noch weiter runter, noch weiter runter. Okay, cool. Okay, cool. Ich fahre mit den Öfluss weg, wir holen den Pfannen. Ne, die fahre mit den. Warte. Ich stehe noch vor der... Kann ich? Warte, ich... Ja, versuch dein Glück. Geht's oder geht's nicht? Ja, steig immer wieder ein. Okay. Warte, warte, warte. Ja, warte. Hartmut. 2 E-Frenzen, okay. Okay. Scheiße. Warte. Ich probier. Kann mir ausrechnen. Wenn ich versuche einfach, versuch mal abzuspringen, dann darf der auch nicht schief gehen, wir sind so weit unten. Ja. Ja. Okay, ich bin unten. Sind auf dem Dach. Äh, Verfolgung aufnehmen. Verfolgung aufnehmen? Ja. Ja, es ist ja auch noch ein Bach. Es ist auch noch jemand im Safe. Wir haben ein bisschen aufgemaut. Nein. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich hab nix gemacht. Okay, die Meldung haben wir ja nicht gekriegt. Sorry. Wir haben die Meldung bekommen und wir dann aufrufen. Ja, okay. Dann checken wir das trotzdem nochmal schnell durch. Wir gehen wundern. Also, wir haben da zwei E-Frenzen, die gerade hier unter uns fahren. Und wir gehen da voll zum Ausweich lassen. Ja, ne? So läuft das. Könnt ihr an der Bank dann ausgeraubt. Das kommt nicht wohl nicht sein. Was hat das denn? Wir werden nicht schon längst Caitlin kl TD. Wir sind ja daobia. Ich guck grad mal unten rein, die Tür ist öffnet, seh ich natürlich nicht. Nicht? Nein. Gut. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Einmal. So, da sind wir wieder. Zweimal. So, keine Scharung mehr drin. Ich brauche hier sehr wohl mehr drin. Was ist mit dem Eflit? Nach Kavala? Keine Ahnung, die sind da vorne, die verfolgen uns einfach mal. Ja. Ich freue mich. Äh, frag trotzdem mal kurz, wie gesagt wurde, oder? Haben gehalten. Mach das. Bleiben stehen. Wiederholen, bleiben stehen. So, Leute, das war's erstmal für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten dann wieder. Bis dann. Hau rein. Tschüss. 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 Byekowiec. Byekowiec. Eh, was, folli. T heritage sind jaun.